Es ist ein wunderbarer Sommer. Wir verbringen heute Zeit auf einer schwimmenden Insel. Entdecken die Ravensburger Treasure Pearls von Swarovski und befreien Perlen aus dem Schleim. Und werfen uns als echte Mermaids in die Fluten. Hallo meine Mäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn die Raven und ich machen heute eine Mermaid Party. Und dafür haben wir unsere Freundinnen eingeladen. Hallo! Später machen wir auch noch eine Swapping Party. Was das genau ist, erfahrt ihr noch später. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir aufs Wasser kommen. Also los geht's! Wow, wie schön! Oh, schön! Ja! So schön! Das ist voll wachsichtig! Mit einer Palme sogar! Richtig gemütlich! Richtig gemütlich! Richtig gemütlich! So, als nächstes habe ich mir überlegt, wir könnten uns ja Glitzer in die Haare machen, weil Mermaids haben ja eigentlich immer von den Perlen, also ganz viele Perlen und Schmuck und auf jeden Fall Glitzer und Schimmer. Und ja, wollen wir das machen? Ja, und dann haben wir jetzt hier mal das Glitzer. Welche Farben, ah, wenn soll ich sie machen? Oder warte, ich zeige es euch mal bei der Arme, also wir haben hier so ein kleines Haargel. Einfach drauf geben. Ja, einfach auf den Ansatz. Viel oder wenig. Das ist egal. Was willst du? Ja? So, welche Farbe willst du aber? Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Das hält ja urgut. Warte. So. Okay, ich bin gleich auf der Wende. Okay. Bravo, roh. Ah, komm her. Nicht wahr, Alter. Haben wir es mehr? Komm auch, musst du halten. So meine Lieben, jetzt beginnt die Swapping Party und dazu habe ich etwas mitgebracht und schaut mal. Das hier ist mega mega cool und zwar das hier sind Ravensburger Treasure Pearls und ich lege die jetzt einfach mal hier auf den Tisch und jeder kann frei zugreifen. Jeder darf die Farbe haben, wie er will. Das sieht schön aus. Jede dieser Packungen, also jede Muschelfarbe hat ihre eigene Eigenschaft. Zum Beispiel hier gelb ist Happiness, Pink ist Friendship, Blau ist Beauty. In jeder dieser Packungen sind Muscheln und Abend, was ist in einer Muschel drin? Perl! Genau! Boah, das sind urschöne, voll die schönen Farben auch, so pastellig, ne? Und die schimmern aus. Ist das der Schleim? Ich glaube schon. Wir müssen mal aufmachen. Mal schauen. Boah, das sieht voll echt aus. Der schimmert voll schön. Boah, der ist richtig cool. Der sieht aus wie eine Perle. Und da sind Perlen drin. Ah, die sieht man ja gar nicht. Ah, bei mir sind drei drin, glaube ich. Und die Gold ist aus. Wow, das sieht richtig schön aus. Wow. Schillern des Warowski-Perlen aus dem Schleim zu befreien, ist ein richtig lustiges Gefühl. Und hier ist die Glieder. Wow, die Kerlen sind richtig schön. Was machen wir? Richtig schön wie ist Rosé. Rosé. Wow, meine sind so blau. Schaut mal, richtig schön Rosé, oder? Oh mein Gott. Schaut mal, das ist schief Golde, ne? Ja, ich auch. Die sind so schön. Boah, dieser Slime. Schaut mal, Leute. Sogar der schimmert. Wow. Aber er schimmert zu turchsichtig. Ja, aber es ist urschön die Farbe. Ja. Wow. Und jetzt schwappen wir. So Leute, jetzt haben wir aber drei Perlen in derselben Farbe. Wir könnten die jetzt eigentlich alle tauschen. Dann haben wir bunte Armbänder. Ja, stimmt. 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 Darf ich eine haben von dir? Ja. Ja, das ist so schön. Schaust du dir auch eine? Ja? Da, schaust du dir. Wow, die sind tauschen. Boah, richtig schöne Farben kommen wir jetzt. Wow, Lydia, guck mal. Ja, ich hab auch eine von dir. Da hast du zwei Goldene. Darf ich auch eine von dir? Danke. Ja. Darf ich eine haben? Wow, voll schön. Und Arvin, magst du noch eine Rosene haben? Darf ich dafür die Goldene? Ja. Zweimal Freundschaft und Einmalschönheit für Arvin. Und für mich kommt auch noch ein bisschen Happiness dazu. In denen könnte man sie spiegeln. Nein, nein. Können wir nicht spiegeln. Blauen Taschen gegen noch eine gelbe? Ja. Ich mag gelbsten. Was ist das da eigentlich? Ähm, das sind die Silbernen. Das sind Special Editions. Ähm, und da sind halt auch Perlen drin, aber man weiß nicht, welche drin sind. Und wer Glück hat, findet sogar ein Kristallherz von Swarovski da drinnen. Und wer das hat, das ist der, der ist, die ist dann der Ober-Mermaid-Königin. Und ich hab von jedem von euch eines. Bitteschön. Bitteschön. Da, ja, da nehmen wir. Da ist noch eins für dich. Danke. Und jetzt machen wir es mal auf. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Weil die sehen so cool aus. Ich bin gespannt. Wow, richtig schön. Kriegst du es auf? Ich will schon suchen. Das ist so spannend. Wow, ich hab ein ein Kristallherz. Echt? Echt? Ja. Wow, wie cool. Dieses Herz aus Swarovski-Kristall ist in jeder siebten Special Edition Muschel zu finden. So Leute, jetzt geht's ans basteln. Und zwar jeder hat so ein Sackl dabei gehabt, wo einmal ein Gefäß drin ist für die Perle, einem zwei Verschlüsse und eine Schnur, mit der man sich das Armband oder die Kette machen kann. Und jetzt kann man halt in das Gefäß die wichtigste Perle, die einem am wichtigsten ist reingeben. Also das ist bei mir jetzt mal Freundschaft. Was ist nochmal was? Also das Herz. Rosa war Friendship, gelb war Freude und blau war Schönheit. Und dieses Herz? Das Herz ist Liebe. Okay, dann gehe ich Liebe da rein. Und was ist Schwarz? Schwarz ist Stärke. Und so basteln wir unsere einzigartigen Schmuckstücke. Schwarz ist Stärke. Musik Ja, zwischen den Perlen und den Perlen. So, und sieht's cool aus. So, Klau. Richtig wie so ein bisschen Perlen. Das zwei genommen. Ich fand das ganz schön. Und jetzt kann man, das kann sich schön aus. Und das ist das Ergebnis. Schaut mal, was wir für tolle Schmuckstücke gebastelt haben. So meine Mäuse, und jetzt kommen wir zu euch, denn ihr könnt was mega cooles gewinnen. Eine Eintrittskarte für die Swarovski Kristallwelten in Tirol für euch und eine Begleitperson mit Hotelübernachtung. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr jetzt. Gehe auf meinen Instagram-Account und dort findest du unsere Treasure Pearls Schmuckkollektion. Wähle dort das für dich schönste Schmuckstück und schreibe dazu, warum es das ist. Mit etwas Glück gewinnst du. Und die Teilnahmebedingungen findest du unter diesem Video in der Infobox. Wir sind wieder auf dem Weg zurück ans Land. So viel basteln macht ganz schön hungrig. Gott sei Dank habe ich Cupcakes mitgebracht. Mermaid Cupcakes. Die hat auch so eine Schwanzklasse wie unsere Haare. Ja, voll holo. Das Rezept für die Muffins und das Vanilletopping findest du auch unten in der Infobox. Aber unsere Mermaid Party ist noch nicht vorbei. Schließlich waren wir noch gar nicht im Wasser. Boah, das war's ja so ungenehm. Ja, voll. Hey, wo sind eigentlich unsere Flossen? Mermetflossen anzulegen ist gar nicht so einfach und man kann sich vorstellen, wie es einer Mähungsfrau geht, die ans Land gespült wird. Wo ist die Chantal? Chantal! Chantal, ich rette dich! Ich auch, Nelia! Chantal! Chantal! Ich komm! Chantal! Guck mal, ich Francesch! Ja! Schwm, dein Schacht. Chantal. Äh, Klappe! So, meine Mäuse, das war's mit unserer Mermaid Swapping Party. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Also, uns hat's mega viel Spaß gemacht, oder? Ja! Und wir werden jetzt noch ein bisschen weiter paddeln. Keine Ahnung, wo wir heute noch landen werden. Aber wir müssen auf jeden Fall noch zum Strand, weil dort gibt's Eis. Eis? Ja! Ah! 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 Gibt es da zum Strand? Ich komme auch zum Strand, Bernd. Auf den anderen. Ah! 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 Und vergesst das Gewinnspiel nicht! Am besten gleich auf Instagram gehen und mitmachen! Ah! 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 Vielen Dank.